Auf einmal war sie wieder da. Ich hatte sie lange nicht mehr gesehen, obwohl wir uns nie weit voneinander entfernt hatten. Ich kannte sie ewig und lernte sie gerade erst kennen. Sie ließ mich Dinge erkennen, die ich im Verborgenen vergessen hatte, fernab von mir selbst. Sie erinnerte mich daran, loszulassen. Sie entdeckte die Sehnsucht in mir. Als ich fragte, wer sie ist, sagte sie nur, wieder dieselbe. Mit welchem Ich kehrst du zurück?